Nun gestartet, wir können also ins Thema einsteigen und das Thema des heutigen Tages ist, wie gerade eben schon versprochen, der Dampf- und Kondensatkreislauf. Typische Fehler, einfache Lösungen, das, was uns am Ende hilft, die Dampfsysteme sicher und sauber zu betreiben, damit sie möglichst langlebig sind, wir möglichst wenig Zeit in Instandhaltungsmaßnahmen investieren müssen. Dafür gibt es einfache Installationshinweise, schmutzigere Installation von Kondensatableitern ist ein Thema, die richtige Konditionierung vom Dampf für den Wärmetauscherprozess. Da gibt es also sehr, sehr viele einfache Richtlinien, an die man sich halten kann und das System wird am Ende dadurch deutlich sauberer und besser funktionieren. Und ja, dafür haben wir uns jetzt 45 Minuten lang Zeit genommen. Ich hoffe, ihr habt irgendwie eine Tasse Kaffee oder einen Tee bei euch, dann könnt ihr der Sache auch entspannt zuhören. Beffen, zunächst einen Blick auf den Dampf- und Kondensatkreislauf, wie ihr hier aufgeführt habt. Das ist erst mal eine recht komplexe Folie, aber wir gehen da gemeinsam durch und schauen uns an, welche einzelnen Komponenten wir da üblicherweise finden. Dazu muss man sagen, dass sich jedes Dampfsystem voneinander unterscheidet. Das heißt, es gibt das Dampfsystem einer Wäscherei, es gibt das Dampfsystem in einem Lebensmittelbetrieb, in einer Molkerei, sogar in Schlachtbetrieben zum Beispiel. Aber auch in Kernkraftwerken oder Petrochemieanlagen, also sehr, sehr viele unterschiedliche Dampfsysteme. Aber alle haben mehr oder weniger die gleichen Komponenten, natürlich in unterschiedlicher Ausführung, zu unterschiedlichen Druckstufen dazugehörig. Aber Beginn tun wir eigentlich immer am Herzstück dieses Dampf- und Kondensatkreislaufes, nämlich bei der Dampferzeugung hier beim Dampfkessel. Den finden wir üblicherweise im Kesselhaus, wo wir also versuchen, den Dampf zu erzeugen, den wir dann später für den Prozess brauchen. Dampf können wir natürlich nicht aus Luft und Liebe machen, dann brauchen wir ein bestimmtes Medium für, nämlich Wasser. Ohne Wasser kein Dampf. Und dieses Wasser bekommen wir üblicherweise von unserem Speisewasserentgaser. Und in diesem Speisewasserentgaser wird dieses Wasser erstmalig konditioniert. Das heißt, da werden also chemische Zusätze reingebracht. Es wird thermisch aufbereitet. Das heißt, wir erhitzen dieses Wasser auf eine gute Entgasungstemperatur. Dadurch werden die nicht kondensierbaren Gase, die sich in diesem Wasser gebunden haben, eben ausgelöst und sind dann am Ende nicht mehr im Wasser, was ich in den Kessel reingebe. Das ist dann hier dieser Weg über die Speisewasserpumpe rein in den Kessel. Da gibt es eventuell noch eine Speisewasservorwärmung mittels eines Economizers, bevor es dann direkt in den Kessel reingeht. Dieser Economizer hilft natürlich, um den Kesseldruck konstant zu halten und dann nicht großartige Dampfschwankungen passieren zu lassen. Und dann haben wir, wenn wir die richtigen Komponenten eingesetzt haben am Dampfkessel, alles vernünftig designt, dass wir uns da auch verlassen können, dass wir guten Dampf bekommen. Den schicken wir auf die Reise. Hier in dieser Übersicht sehen wir diese roten Leitungen. Diese roten Leitungen sind Dampfleitungen. Und das Erste, was wir hier sehen, ist eine Dampfmengenmessung. Da wird also immer ermittelt, wie viel Dampf entnehme ich eigentlich aus dem Kessel. Wenn ich jetzt auf einem großen Chemiepark unterwegs bin, dann gibt es vielleicht einen Betreiber des Kesselhauses, der diesen Dampf dann entsprechend abrechnet am Ende des Jahres und in Rechnung stellt. Der muss natürlich eine Dampfmengenmessung haben, damit er genau weiß, wie viel hat er zur Verfügung gestellt. Hier ist ein Überströmventil. Da wird also darauf geachtet, dass der Druck im Kessel immer stabil bleibt. Das heißt, selbst wenn ich sehr, sehr viel Dampf entnehme aus dem Kessel, macht dieses Ventil dann irgendwann zu und sagt, so, nicht mehr. Ansonsten bricht mir der Kesseldruck zusammen. Das ist eben eine Absicherung für den Kesseldruck selbst und dass er eben nicht überrissen wird, sondern in den Designparametern betrieben wird. Wir gehen dann weiter mit unserem Dampf und hier sehen wir schon den Bereich nach dem Kesselhaus, nämlich die Dampfleitungen. Und bei den Dampfleitungen geht es ja auch um die richtige Verlegung von diesen Dampfleitungen. Mit entsprechenden Gefälle arbeiten, mit der entsprechenden Entwässerung an alle 50 bis 80 Meter und natürlich die richtige Dimensionierung in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit und der Dampfmenge, die da durchgeht. Das sind alles so Sachen, die gucken wir uns nächste Woche an. Da geht es also vermehrt um die Berechnung, aber heute geht es grundsätzlich um die Gestaltung von Dampfleitungssystemen. Das heißt, hier sehen wir so einen Dampftrockner. Den kann man dann einsetzen, um die Dampfqualität zu erhöhen. Das heißt, direkt nach dem Dampfkessel und wenn er schon ein bisschen auf dem Weg war, kann es sein, dass sich dieser Dampf schon mit Feuchtigkeitsanteilen mit zusammen auf den Weg macht. Kondensatröpfchen, einfach eine gewisse Feuchtigkeit, die später dann im Wärmeübertrager für Probleme sorgen könnten, für Erosion an Ventilen und ähnliches. Und da ist so ein Dampftrockner natürlich dann eine gute Lösung, um am Ende diese Feuchtigkeitsanteile rauszuholen und dann wirklich mit trockenem Dampf weiter in den Prozess zu gehen. Hier kommt es dann am Ende darauf an, bei der Dampfkonditionierung, mit welchem Dampf arbeite ich eigentlich. Habe ich einen überhitzten Dampf direkt von meinem Kessel bekommen, also einen, den ich nochmal einer zusätzlichen Beheizung zugeführt habe und den ich überhitzt habe? Dann muss ich diesen Dampf natürlich runterkühlen, bevor ich ihn in einem Wärmetauscher verwenden kann, weil der überhitzte Dampf eben keine vernünftige Wärmeübertragung realisieren kann für uns. Und da muss man eben eine Kühlung einsetzen. Da gibt es unterschiedliche Verfahren, wie man das machen kann. Und sollte das nicht der Fall sein und wir arbeiten mit Sattdampf, welcher auch der richtige wäre für unsere Wärmeübertrager, dann hat man hier vielleicht eine Dampfdruckreduzierstation eingesetzt. Mit dieser Reduzierstation stelle ich dann also den Druck und damit auch die Temperatur von meinem Dampf so ein, dass er später für die Wärmeübertrager genau richtig ist und wir also auch die Beheizung da vernünftig auf die Reihe kriegen. Hier sind dann die Dampfverbraucher. Das kann alles Mögliche sein. Das kann die Mangel sein in der Wäscherei, das sind Kochkessel in der Lebensmittelindustrie, das ist Autoklaven zum Beispiel. Also Dampfverbraucher gibt es in unterschiedlichen Formen und Farben in jeder Form, je nachdem, was man versucht hat zu beheizen. Und da haben wir also unsere hauptsächliche Verwendung vom Dampf. Hier wird dann also auch direkt das Kondensat entstehen. Also ein Großteil des Kondensates, was wir dann über die Kondensatableiter ausschleusen. Das Kondensat wird dann im Idealfall über die Wärmerückgewinnung irgendwo aufgesammelt und dann von seinem Entspannungsdampf, also der Dampf, der direkt hinter dem Kondensatableiter zusammen mit dem Kondensat sich auf den Weg macht. Nach jeder Druckreduzierung entsteht aus dem Kondensat eben auch Dampf und dieser Dampf hat natürlich eine Menge Energie. Das ist Sattdampf, den können wir super für Wärmeübertragungsprozesse nutzen. Und dann kann man hier in einer Entspannungsanlage das Kondensat auffangen und den Entspannungsdampf davon praktisch trennen. Wir trennen diese Medien und stellen den Entspannungsdampf dann wieder zur Verfügung und können auf diese Art und Weise die Effizienz des Prozesses erhöhen. Je mehr Entspannungsdampf ich wiederverwenden kann, desto effizienter lässt sich mein Dampfsystem gestalten und die Schwierigkeit im Wesentlichen liegt daran, eine Verwendung für diesen Entspannungsdampf zu finden. Also wenn ich irgendwo eine Vorwärmung machen kann, sei es eine Ölvorwärmung, sei es eine Wasservorwärmung, irgendwelche Reinigungsprozesse, alles Mögliche, dafür kann ich diesen Entspannungsdampf gut nutzen. Und wenn man eine Verwendung gefunden hat, dann ist so eine Entspanneranlage eigentlich immer das Optimale, was man bei sich einsetzen kann. Haben wir keine Entspanneranlage, dann können wir auch mit einer Kondensatsammelstation arbeiten. Hier wird also aus unterschiedlichen Teilen des Prozesses das Kondensat zusammengesammelt, praktisch gebündelt, um am Ende über die Kondensatpumpen zurück zum Speisewasserentgaser gepumpt zu werden. Und da muss man darauf achten, dass dieses Kondensat natürlich in möglichst hoher Prozentzahl wieder zurückkommt. Das ist ja das Wasser, was ich vorher verdampft habe, hier aus dem Dampfkessel, was dann irgendwo wieder kondensiert ist. Und je mehr ich davon zurückbekommen kann, desto weniger Wasser verliere ich also in meinem Prozess und desto weniger muss ich es durch behandeltes Weichwasser ersetzen. Habe also am Ende eine möglichst konstante Menge Wasser, die da im Kreislauf sich bewegt. Und das ist das Ziel, da möglichst nach oben zu kommen. Im Kondensat steckt das Geld, sagt man immer so gerne. Und wenn man das einfach irgendwo in den Kanal laufen lässt, dann ist es meistens eine relativ kostenintensive Lösung der ganzen Geschichte. Ja, Entspannanlagen kann man überall einsetzen. Sehr schön ist es natürlich, wenn man diesen Entspannungsdampf dann natürlich noch direkt verwenden kann, wenn das vom Druckniveau her passt. Entweder schleuse ich das in eine Niederdruckdampfschiene mit ein oder ich benutze es wie hier zum Beispiel angedeutet, einmal um die Speisewasservorwärmung zu realisieren. Hier wird also der Entspannungsdampf genutzt, um das Speisewasser auf die richtige Temperatur zu bringen. Das ist eben auch eine massive Effizienzsteigerungsmaßnahme. Mitkühler sind noch wichtig für den Prozess, wie hier links unten zu sehen. Hier wird also die Abschlamm- und Absalzlauge aufgesammelt. Üblicherweise die Abschlammlauge vom Abschlammventil. Und hier wird eben dieses Kesselwasser runtergekühlt bis auf die Temperatur, mit der wir es dann später weggeben können. Also in die Kanalisation. Das ist in Deutschland so 40 Grad Celsius. Heißer darf es nicht sein. Da gibt es eben, da kommt die ZYS vorbei und sagt, du, 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 bitte mach da was an deiner Warmwasserentsorgung. Und da müssen wir eben entsprechend so einen Mischkühler einsetzen. So, ein Dampftrockner. Also wir gucken so ein bisschen Schritt für Schritt eigentlich so ähnlich, wie ich jetzt gerade durch das System gegangen bin. Und das, was wir gesehen haben, war vom Dampferzeuger hier noch mittels Überhitzer machen wir es auf den Weg. Hier gibt es vielleicht noch den Dampftrockner. Das ist jetzt hier einmal als Schnitt dargestellt. Aber dazwischen kann sich eben noch ein Dampftrockner befinden. Mit diesem überhitzten Dampf gehen wir dann in einen Dampfkühler rein. Nach diesem Dampfkühler, wenn es denn zum Beispiel ein Einspritzkühler ist, haben wir natürlich auch wieder die Vermischung von Dampf mit Wasseranteilen. Und das möchte ich dann später auch nicht im Wärmetauscher haben. Auch für solche Zwecke direkt nach einem Einspritzkühler sind natürlich Dampftrockner genau richtig, die am Ende hier die Aufteilung dieses Zwei-Phasen-Fluides vornehmen. Und da am Ende mit sauberen Sattdampf rauskommen, der trocken ist und am Ende die optimale Wärmeübertragung für uns realisiert am Wärmetauscher, den wir dann hier sehen. Wie ist so ein Dampftrockner aufgebaut? Hier sehen wir ein Schnittmodell eines Gestra TDs, also einen Dampftrockner mit einer integrierten Helix. Und die Trennung dieser Zwei-Phasen-Strömung, die ist hier eigentlich über die Dichte Unterschiede gegeben. Das heißt, die Wasseranteile in dem Dampf haben natürlich durch die höhere Dichte auch eine größere Trägheit. Und wenn jetzt das Dampf-Kondensat-Gemisch sich von der linken Seite rein bewegt und auf diese Helix trifft, dann wird also das Wasser hier an der Oberfläche dieser Helix dann runterlaufen. Das wird also durch die hohe Dichte sich am Rand der Armatur befinden, des Behälters. Und dann am Ende hier nach unten wie so ein Rinnsaal laufen hin zum Kondensatableiter, der jetzt hier diese Feuchtigkeitsanteile rauskriegt, während er den Dampf im System hält. Also der Dampf wird dann getrocknet, einfach dadurch, dass hier unten das Kondensat zum Ableiter geht und der Dampf mit seiner hohen Strömungsgeschwindigkeit hier wieder zum Austritt kommt. Und dann als trockener Dampf 99,9 Prozent rauskommt, den wir dann am Ende optimal für Wärmeübertragung nutzen können. Ja, das sind schon die ersten Prinzipien, die wir da nutzen können bei diesem TD, bei diesem Dampftrockner. Natürlich muss man immer wissen, dass in dem Dampfsystem nicht nur sauberer Dampf und Kondensat unterwegs sind, sondern das sind zum Beispiel Rohrleitungen, die 20, 30 Jahre schon im Prozess sind, die damals noch mit viel Wagemut ausgelegt wurden, mit einer ganzen, einer ordentlichen Dicke von der Rohrleitung. Aber die zersetzt sich eben auch im Laufe der Zeit. Das heißt, da sind Korrosionsbestandteile, das sind unter Umständen sogar irgendwelche Stoffe, die aus dem Prozess kommen, die sich da aufkonzentrieren. Schmutz ist also im Laufe und da müssen wir aufpassen, dass wir da unsere wichtigen Armaturen vor diesem Schmutz schützen. Und das machen wir im Wesentlichen durch eine schmutzsichere Installation. Natürlich kann man auch so Dinge nutzen wie Schmutzfänger oder regelmäßige Reinigung. Aber im Wesentlichen im Prozess selber hilft es, die schmutzsichere Installation umzusetzen. Und das ist hier unten einmal dargestellt. Ich habe also hier einen Schmutzsammelraum direkt vor einem Absperrventil realisiert, während der Kondensatableiter das Kondensat als im Bypass entwässern kann. Hier ist natürlich noch wichtig, eine Rückschlagarmatur reinzusetzen, damit sich beim Druckabfall nicht noch der Behälter mit Wasser aus dem Prozess versorgt oder aus der Kondensarleitung hier. Das wäre unschön. Aber hier kann jetzt in regelmäßigen Abständen dieses Absperrventil geöffnet werden und dieses schmutzige Kondensat kann dann in den Eimer ausgelitert werden oder einfach entsorgt werden. Und dadurch habe ich auch eine Reinigungsfunktion für den Prozess umgesetzt, weil dieser Schmutz eben nicht mehr Bestandteil ist von meinem System. Hier sehen wir den nächsten Aspekt bei unserem Dampf- und Kondensatsystem. Es ist die Dampfdruckreduzierstation. Also die Station, die wir dann vor dem Wärmetauscher haben. Wir kommen von der linken Seite jetzt also mit unserem schönen konditionierten Sattdampf an, passieren hier ein Absperrventil. Wir gehen auch mal durch den Schmutzfänger durch, um letzte Schmutzanteile rauszuholen, bevor wir hier in den Dampftrockner gehen. Hier sehen wir leider keine schmutzigere Installation. Aber wir gehen hier direkt nach dem Dampftrockner auf den Druckminderer. Über den Druckminderer wird also der Dampfdruck genau so im Druck eingestellt, wie ich ihn später brauche für den Prozess. Ich habe ein weiteres Absperrventil. Natürlich sichere ich das System auch gegen Überdruck ab. Das heißt hier ist ein Sicherheitsventil von Nöten, was dann mechanisch gegen Überdruck absichert, damit wir immer genau den Druck haben, für den die Wärmetauscher auch ausgelegt sind. Bei Überdruck eben keine Beschädigungen passieren können. Das hier ist ein Impulsgefäß. In diesem Gefäß ist eine Wasservorlage drin. Und es ist mit Absicht hier auf der Niederdruckseite angebracht, weil hier besorgt man sich den Druck von der Niederdruckseite. Hier ist es einmal im Schnitt dargestellt. Und dieser Dampfdruck, der lastet jetzt also auf der Wasservorlage, die sich in diesem Impulsgefäß befindet, auf. Und wird eben über den Dampfdruck, der auf der Wasservorlage liegt, hydraulisch weitergegeben. Hier über diese Impulsleitung. Und die geht dann hier auf den Antrieb rauf von dem Regelventil, was am Ende dadurch die Information bekommt, wie denn der Kegel einzustellen ist. Ist eine gute Sache. Das funktioniert ohne Behilfsenergie. Das heißt, ich muss jetzt keinen Strom verwenden. Ich muss keine Druckluft bevorraten. Das ist also eine sehr, sehr saubere Form der Druckreduzierung, muss man sagen. Man kann es relativ einfach einstellen. Hier vorne gibt es immer so eine Einstellmöglichkeit, um eben den entsprechenden Druck einzustellen. Es ist immer ein Gegenspiel zwischen dem Druck, den ich jetzt aus der Niederdruckseite bekomme, und der Federkraft, die hier arbeitet. Und mit diesen Kräften arbeitet man im Wesentlichen zusammen. Ja, hier unten befindet sich dann noch der Bypass. Und über diesen Bypass kann ich dann das System betreiben, falls ich hier irgendwelche Instandhaltungsmaßnahmen durchführen muss. Es ist nun so, dass man hier vielleicht mit einem anderen Absperrventil arbeiten muss. Also nicht ein klassisches Absperrventil, sondern vielleicht so ein Handregelventil, wo man dann einfach so ein bisschen über eine bestimmte Kegelform am Ende auch ein bisschen regeln kann, wenigstens. Das wird nie so gut sein, wie man mit einem vernünftigen Dampfdruckminderer. Aber behilfsmäßig für eine gewisse Zeit kann das durchaus mal nötig sein. Allerdings ist dieses Bild voll mit Fehlern. Und man kann sich vorstellen, wenn der Dattdampf hier von der linken Seite kommt, mit dem natürlich auch eine ganze Menge Kondensat unterwegs ist, dass das Kondensat natürlich hier unten diesen leichten und einfachen Weg gehen wird. Wasser will immer nach unten fließen. Das sehen wir dann auch hier, dass das Kondensat im Laufe der Zeit sich hier in diesem Rohrleitungssegment aufkonzentrieren wird, während der Dampf dann immer hier oben lang fegt und er spätestens hier am Dampftrockner ausgeschleust wird. Und da gibt es einfache Lösungsmöglichkeiten, um diese Probleme loszuwerden. Und das ist eigentlich nur, dass man den Bypass nach oben legt. Jetzt ist es so, dass das Kondensat nicht unbedingt hier oben hoch möchte. Vielleicht hat es auch noch die Möglichkeit, zurückzupendeln, falls das mal der Fall ist und wird dann hier von der Strömung wieder mitgenommen zum Dampftrockner hin. Und das ist die deutlich sichere Variante, weil ich eben bei dem vorangegangenen Beispiel immer die Gefahr von Wasserschlägen haben kann. Das heißt, wenn ich anfange, hier mein Absperrventil zu öffnen, dann ist es so, dass die Wasservorlage langsam absinken wird. Und spätestens, sobald ich in diesem Bereich angekommen bin, wird dieser heiße Dampf jetzt durch dieses mittlerweile erkaltete Kondensat durchströmen müssen. Und dann haben wir das Problem von Wasserschlägen, weil jetzt eben dieser Dampf auf das kalte Kondensat trifft und durch das kalte Kondensat durch muss. Die Dampfblasen implodieren, beschleunigen also die Wassermasse. Und das sorgt für diese Wasserschläge, die wir im üblichen Fall, im üblichen, ja eigentlich nie gebrauchen können, sondern die man versuchen sollte, so gut es möglich ist, loszuwerden. Ja, das ist also die erste Lösung, die wir hier haben. Und es gibt noch ein paar mehr kleine Verbesserungen, die man hier umsetzen kann in diesem Systemsegment. Nun ist es so, dass in den Namen der meisten Armaturen dieser Welt auch gleich die Funktion mit integriert ist. Das ist ein großer Vorteil auch der deutschen Sprache. Wenn ich einen Kondensatableiter habe, dann weiß ich genau, was er auch macht. Er leitet Kondensat ab. Wenn ich einen Druckminderer habe, dann weiß ich auch genau, was er macht. Er mindert den Druck. Jetzt muss man nur noch wissen, was am Ende die Auswirkungen sind dieser Funktion. Und beim Druckminderer ist es relativ klar. Das heißt, wenn ich einen Dampfdruck habe, den ich dann reduziere, dann wird das Einfluss haben auf meinen Dampf und im Wesentlichen auf das Volumen. Wenn ich den Dampfdruck reduziere, ändert sich nicht nur die Temperatur dieses Dampfes, sondern eben auch das Volumen. Es wird also deutlich größer. Dampf ist ein hervorragend kompressibles Gas. Und dieses Gas kann ich dann am Ende natürlich im Volumen verändern. Hier tue ich es direkt. Und es ist so, dass man das wissen muss, um dann am Ende die Rohrleitungsnennweiten entsprechend anzupassen. Also nach einem Druckminderer sollte man die Rohrleitungsnennweite vergrößern, damit dieses jetzt größere Dampfvolumen auch durch kann, damit eine saubere Strömung realisiert werden kann. Tue ich das nicht, habe ich das Problem, dass dieses sehr, sehr große Dampfvolumen nicht durch diese jetzt zu schmal gewordene Rohrleitung kann. Und am Ende baue ich mir einen Gegendruck auf, weil dieses Dampfvolumen nicht mehr durchpasst. Das wird ja hier in diesem Segment dann zu partiellen Drucksteigerungen sorgen. Das Sicherheitsventil springt unter Umständen an. Das Impulsgefäß bekommt keine vernünftige Information, um es an den Antrieb weiterzugeben. Und der ganze Prozess fängt an zu stottern. Und das ist eine Sache, die ich dadurch in den Griff kriege, dass ich einen Blick auf die Nennweiten werfe. Zusätzlich ist es noch beim Sicherheitsventil. Da steckt es leider nicht im Namen drin. Sicherheitsventil ist erstmal eine Aussage, wofür es da ist, ist natürlich Sicherheit irgendwie herstellen. Aber es tut eigentlich auch nicht viel anderes, als den Druck zu verringern. Wir haben also Überdruck erzeugt, eine Überdrucksituation. Und dieses Sicherheitsventil versucht diese Überdrucksituation zu lösen, indem es eine Öffnung und eine Verbindung zur Atmosphäre herstellt. Der Dampf wird entsprechend durch das Sicherheitsventil nach außen geleitet. Und so wird dann entsprechend der Dampfdruck reduziert. Mit anderen Worten, die Funktion, bis auf das Sicherheitsventil sehr schlagartig und sehr plötzlich arbeitet, unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Druckminderer selbst. Bis auf, dass es hier kontrolliert und geregelt stattfindet, während es hier wirklich an einem bestimmten Punkt anfängt, in Vollöffnung zu gehen. Aber auch hier muss ich an die Nennweite achten. Auf die Nennweite achten. Also hier aus den Nennweiten Vergrößerungen ist entsprechend auch zu verwenden. Das ist meistens auch schon an dem Gussteil selbst zu erkennen. Also die Eintrittsnennweite ist deutlich kleiner als die Austrittsnennweite und dem sollte man sich dann auch anpassen mit der Ausblaseleitung nach dem Sicherheitsventil. Hier als, ich kenne es jetzt einfach mal, Steuermedium haben wir Wasser. Das ist ja dieses Impulsgefäß, wo der Dampfdruck auf der Niederdruckseite eben auf dieses Wasser auflastet und der Druck wird dann hier über diese Leitung weitergegeben an den Antrieb. Das ist also komplett mit Wasser gefüllt. Dieses Wasser ist kalt. Da müssen wir auch darauf achten, dass es immer schön der Fall ist, weil dieses kalte Wasser hat natürlich dann wenig Einfluss auf die Membrane hier. Wenn ich hier überhaupt kein Wasser drin hätte, kann es sein, dass dann irgendwann Dampf hier durchschlägt, am Ende direkt auf die Membrane geht und dann hat die nicht mehr lang. Also wenn man die jetzt mit sehr hohen Temperaturen beaufschlagt, die Membrane, dann fängt die schneller an zu altern, wird schneller pürös und kann dann eben ausgetauscht werden. Mit anderen Worten, dieses Wasser ist sehr wichtig. Nun kann es aber mal sein, dass ich den Antrieb austausche, vielleicht weil meine Membrane mittlerweile auf ist und dann löse ich die Verbindung hier zum Antrieb oben und dann habe ich praktisch diese Leitung in der Hand und das ganze Wasser, was ich da vorher eingefüllt habe, verliert sich jetzt so allmählich. Was kann ich da tun? Ich kann hier einen Kugelhahn einsetzen und mit diesem Kugelhahn kann ich verhindern, dass wenn ich hier was austauschen muss, dass das Wasser mir abhaut. Natürlich gibt es hier oben immer einen Auffüllstutzen, so einen kleinen, da kann ich also Wasser nachschenken, wenn es denn nötig ist, aber es ist natürlich immer ärgerlich und zeitintensiv, das zu machen. Wir müssen auch darauf achten, dass diese Sicherheitsventile nie zu 100% dicht sind. Das ist immer eine metallische Verbindung, die wir da haben. Weichdichtende Materialien dürfen wir da in diesem Bereich nicht verwenden, weil die eben festbacken können und das ist eine Sache, die am Ende die Sicherheit beeinflusst. Deswegen sind es metallisch abdichtende Armaturen, die natürlich nie 100% dicht sind und der Dampf, der jetzt in kleiner Menge da immer so ein bisschen durchdiffundiert, der wird hier auskondensieren in der Ausblaseleitung und hier muss man also darauf achten, dass auch eine Entwässerung dafür vorgesehen ist. Das macht man entweder direkt an der Ausblaseleitung oder es gibt einen Ort direkt am Sicherheitsventil, wo man eine Blutungsstelle hat, eine Blutungsstelle. Das heißt, man kann entsprechend eine Bohrung vorsehen, wo diese Menge dann sofort immer abtropfen kann, sodass wir hier nicht eine Aufkonzentration von diesem Kondensat haben. Wenn das Sicherheitsventil dann anspringt, dann muss jetzt dieser ganze Dampf erstmal durch das kalte Kondensat durch. Das gibt wieder Wasserschläge, da wird eine ordentliche Wassermasse beschleunigt, die ganze Ausblaseleitung fängt an sich zu bewegen und das ist natürlich auch nicht optimal. Nennweite überprüfen, darüber haben wir gesprochen, dann haben wir schon vieles erreicht. So wäre es optimal ausgelegt. Wir haben also den Dampfeintritt von links, wir haben den Bypass oben, das kann man jetzt nicht ganz so gut sehen, aber die Nennweitenvergrößerungen haben wir hier auch durchgeführt. die Impulsentnahme ist weit genug weg nach dem Druckminderer, auch eine gute Sache, dass man so 8 bis 10 mal dn Abstand hat vom Druckminderer zur Impulsentnahme. Wir sehen hier die schmutzigere Installation direkt am Dampftrockner und ja gut, die Ausblaseleitung sehen wir jetzt nicht, aber es wird bestimmt besser gemacht. Ja, das sind dann so Beispiele aus der Praxis, wie so üblicherweise Dampfdruckreduzierstationen zu finden sind. Es gibt natürlich auch Positivbeispiele, hier sind einfach nur so ein paar Beispiele zum Abschränken, weil das nicht ganz so optimal gelöst wurde. Wir sehen hier auf der linken Seite gar keine Isolierung, der Dampf kommt hier von links, geht dann direkt mit seinem ganzen Kondensatinhalt, der auch noch da ist, das ist keine Entwässerung, die vorher stattgefunden hat. Hier zum Druckminderer hin, der dann den Druck reduzieren soll und jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht wirklich trockenen Dampf da habe, sondern ich reduziere eine Zwei-Phasen-Strömung im Druck und das ist immer sehr, sehr ungünstig. Ich beschleunige nämlich auch die Flüssigkeit. Das Kondensat an dieser Stelle sehr, sehr schnell, das sorgt für Ausstrahlung, das ist so der Hauptgrund für ausgestrahlte Ventile, das sind so Zwei-Phasen-Strömungen und das ist natürlich nicht der Langlebigkeit am Ende dienlich. Dann haben wir keine Veränderung der Nennweite dahinter, also hier wird es natürlich auch eine Menge Gegendruck geben, das Sicherheitsventil wird häufig anspringen, eine Vergrößerung der Ausblaseleitung ist in der Nennweite auch nicht gegeben, also auch hier das Sicherheitsventil wird natürlich ordentlich klappern, und schnell kaputt gehen, wie man an der ausgetauschten Haube auch schon gut sehen kann, das wird regelmäßig passiert sein. Dann gibt es noch ein Impulsgefäß, das viel zu nah dran ist an dem Druckminderer, wir haben also nicht diese 8-10x DN, außerdem ist das Impulsgefäß etwas zu niedrig angeordnet, das sollte so auf gleicher Höhe sein wie die Rohrleitung, damit eben hier auch garantiert werden kann, dass oben auf dem Wasser der Dampf der Dampf auflastet und nicht hier alles nur komplett mit Wasser gefüllt ist, mit Kondensat wäre das hier dann auch an dieser Stelle und ich am Ende wirklich nur hier oben dann dieses Wasser habe und den Dampfdruck dann darauf auflastet, ist also nicht optimal gelöst. Hier hat sich dieser Kunde noch gedacht, gut, ich mache für die Temperaturregelung, habe ich mir noch ein elektrisches Regelventil reingeholt, ist also noch ein Temperaturfühler kurz vom Wärmetauscher eingesetzt, damit auch wirklich die Temperatur erreicht wird, die ich brauche, aber das ist so ein Regelvorgang hier, der ist ziemlich konfus und sollte auch gar nicht als gutes Beispiel dienen. Auf der rechten Seite ein bisschen besser gelöst, wir sehen hier so ein bisschen Isolierung, haben natürlich hier so eine abknickende Rohrleitung, was immer so unschön ist, weil so der relative Querschnitt dieser Rohrleitung natürlich verkleinert wird und da natürlich auch Turbulenzen auftreten, aber hier sind Schmutzfänge und der Druckminderer kann hier in Ruhe seiner Arbeit nachgehen, das Impulsgefäß ist weit genug weg, aber hier ist die Nennweite auch nicht vergrößert worden, es ist also Eintrittsnennweite gleich Austrittsnennweite und das ist immer bei einer Druckreduzierung eigentlich nie eine Sache, die gegeben ist, wenn man mit Dampf arbeitet und ja, hier geht es auch direkt nach dem Druckminderer auf den 90 Grad Bogen und da muss man regelmäßig ran, da wird der das Facility Management, wie man es denn heute nennt, regelmäßig hier den Rohrbogen austauschen müssen, weil es hier ausgestrahlt ist, weil wir natürlich nach dem Ventil die turbulente Strömung haben, die gebe ich hier direkt auf den Rohrbogen rauf und das wird natürlich für Erosion sorgen, wie es denn auch üblich ist. Der Wärmetauscher. Als nächste Station in unserem Dampf- und Kondensatkreislauf ist dann der Wärmetauscher aufzuführen. Wir haben den Heizdampf für unseren Prozess hier von der linken Seite, hier gibt es eben das entsprechende Regelventil, das ist ein Temperatur, mit einem Temperaturfühler versehenes Regelventil, was eben genau die Dampfmenge in Abhängigkeit von der Austrittstemperatur vom Produkt regelt. Da wird also permanent die Produkttemperatur überwacht und gemäß der Produkttemperatur die Dampfmenge entsprechend vergrößert oder verkleinert. Hier im Wärmetauscher wird dann der Großteil des Kondensates entstehen. Hier haben wir also eine ganze Menge Oberflächen, die immer durch das Produkt kühl gehalten werden. Hier kann der Dampf seine ganze Verdampfungswärme abgeben, kommt als Kondensat wieder raus und da ist dann der Kondensatableiter gefragt, der hier dieses Kondensat entsprechend ausschleusen soll. Was wir hier sehen, ist ein Absperrventil, ein Schauglas, ein Gestra-Vaposkop und diese Gestra-Vaposkope, da ist es ganz wichtig zu benennen, dass die immer vor einem Kondensatableiter verbaut werden und nicht dahinter. Viele Schaugläser von anderen Herstellern, die sind nach dem Kondensat Kondensatableiter eingebaut, aber die haben auch nicht die Funktion wie ein Vaposkop. Ein Vaposkop hat eine Umlenkgrippe, die es uns ermöglicht, immer den Zustand des Kondensatableiters zu ermitteln, also eine kontinuierliche Überwachung. Und da ist es aber ganz wichtig, dass das vor dem Kondensatableiter eingebaut ist. Allerdings wurde hier bei diesem Bild auch ein kleiner Fehler gemacht, so eine typische Sache, über die wir sogar schon einmal gesprochen haben während unseres Webinars, nämlich die schmutzigere Installation. Hier vom Wärmetauscher bekommen wir auch nicht nur schönes Kondensat, sondern eben auch eine ganze Menge Schmutz. Das kann durchaus sein, ist immer abhängig von Betrieb zu Betrieb, aber das kann durchaus sein. Und hier ist es so, dass der Kondensatableiter sich mit dem ganzen Schmutz auseinandersetzen muss. Der bekommt also alles Mögliche, was da so mitkommt und hier der Bypass mit dem Absperrventil, das hat damit nie was zu tun. Man sollte aber immer die wichtigen Armaturen für den Prozess schützen. Und für diesen Wärmeübertrager ist die wichtige Armaturen natürlich der Kondensatableiter. Und hier ist die Lösung auch ganz einfach. Ich muss einfach den Bypass und hier die Entwässerung über den Ableiter tauschen. Dann habe ich es schon vernünftig gelöst. Womit? Jetzt springe ich einmal, aber hier ist es besser aufgeführt. Hier haben wir also das Regelventil, das Temperaturgesteuerte, hier von der Austrittstemperatur. Hier ist auch ein Bypass, der ist noch nach oben gesetzt worden. Hier geht es rein in den Wärmetauscher. Dann haben wir hier also den Schmutzsammelraum hier über dieses Absperrventil realisiert und der Kondensatableiter kann hier in Ruhe seiner Arbeit nachgehen und wird so auch schön langlebig alles machen, was er machen soll. Ja, das ist ein Beispiel außer Wirklichkeit. Das ist immer gut, auf sowas zu schauen, dass man mal Fotos hat. Wie sieht es denn eigentlich aus in den Anlagen dieser Welt? Und das ist eine Ölvorwärmung, die wir hier haben, ähnlich aufgebaut, wie wir das gerade eben gesehen haben. Wir haben also ein Regelventil mit Temperaturfühler. Das hier ist also die Austrittsleitung für diese Ölvorwärmung. Hier ist also das heiße Öl, was rauskommt aus dem Wärmetauscher. Hier ist das kalte Öl, was reinkommt. Hier ist der Dampfeintritt und dann ist hier der Kondensataustritt an diesem Wärmetauscher. Wir werden also hier das Kondensat hin zu diesem Schwimmerableiter bringen und dieser Schwimmerableiter soll das Kondensat jetzt nach oben fördern, hin zu einem Kondensatbehälter vielleicht, der leider eine Ebene höher liegt. Der Kessel ist ebenerdig. Das kann man sich hier, dieser Kessel im Hintergrund, das ist wirklich der ebenerdige Boden, kann ich mir gut vorstellen. Noch tiefer sitzt jetzt hier diese Ölvorwärmung und natürlich muss ich dann früher oder später mit dem Kondensat nach oben. Hier allerdings ein bisschen unpraktisch umgesetzt, weil man hier natürlich direkt mit so einem 90-Grad-Bogen nach oben wandert und das sorgt dann für Probleme, wenn hier das Öl heiß genug ist und am Ende dem Regelventil mitgeteilt wird, hey, das reicht, ich habe genügend Heizdampf, alles in bester Ordnung. Es wird also die Dampfmenge reduziert, der Druck wird hier zusammenfallen, weil immer noch Öl durchströmt und immer noch Kondensation stattfindet, wird also der Druck zusammenfallen, eventuell sogar bis ins Vakuum hinein und dann ist der Kondensatableiter nicht mehr dazu in der Lage, das Kondensat nach oben zu fördern, sondern das wird zurückpendeln, es wird hier in dem Gehäuse von dem Ableiter natürlich für hydraulische Druckstöße sorgen, die die internen Teile beschädigen können und das ist aber auch erst die erste Wahrheit. Das Zweite, was passieren kann, ist, wenn ich das Ganze jetzt wieder in Betrieb nehme, weil die Temperatur durch das Vakuum hier zu kalt geworden ist, wird natürlich jetzt wieder das Ventil geöffnet, das geht relativ schnell und dann schicke ich jetzt wieder schön heißes Kondensat hier zum Ableiter, hier entsteht dann der Entspannungsdampf, trifft jetzt auf das mittlerweile kalte Kondensat und dann gibt es schöne Wasserschläge, das scheppert ordentlich und da können natürlich dann die Bauteile im Ableiter gar nicht mehr viel entgegensetzen. Da gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen. Die erste und einfachste Lösung ist eigentlich das Rückschlagventil, dass wir hinten, hinter dem Ableiter ein Rückschlagventil einsetzen, was dafür sorgt, dass es nicht rein kann in den Ableiter oder dass die Beschädigung dann eher am Rückschlagventil ist, aber nicht am Ableiter. Wir schützen also wieder die wichtige Armatur, was am Ende ja natürlich für weniger Probleme sorgt. Aber im Wesentlichen geht es darum, wie hier das Kondensat nach oben gefördert wird und da gibt es unterschiedliche Lösungen. Es gibt zum Beispiel sogenannte Pumpkondensat-Ableiter, die man dann nehmen kann, die das Kondensat auch in einer Vakuum-Situation hier auf der Vordrucksseite immer sicher wegbefördern oder man benutzt Dämpfer-Systeme, dass man eben einen ED zum Beispiel von Gestra verwendet. Das ist ein Dämpfer, ein Dampfdruckpuffer. Da wird also dieses rückwärtig strömende Kondensat über eine Dampfblase, die sich im oberen Teil des Behälters befindet, abgepuffert und dadurch können also diese hydraulischen Druckstöße nicht im Ableiter wirken, sondern die wirken eben auf diesen Dämpfer und das ist für die Strömung am Ende die deutlich bessere Lösung. Ja, ein weiteres Beispiel dafür, wie man Wärmetauscher gestalten kann ist, hier ist natürlich die kostengünstige Variante. Wenn man also das Ganze sehr, sehr einfach machen möchte, dann schnappt man sich einfach seinen ganzen Wärmetauscher, sagt, okay, ich sammle alles Kondensat zusammen, was da so entsteht im Laufe des Tages und dann habe ich hier einen Kondensatableiter, der das Ganze alles auf mal ausschleusen muss. Ist natürlich günstig, wie erwähnt. Man kann da nicht ganz so viel, man muss nicht ganz so viel ausgeben, einen Kondensatableiter nur, eine relativ einfache Regelung. Ja, man vergisst leider dabei, dass bei jedem einzelnen Wärmetauscher immer so ein bisschen Druckabfall dabei ist. Wenn ich hier oben also eine 10 Bar Versorgungsleitung habe, 10 Bar Sattdampf, dann ist es so, dass der erste Wärmetauscher diese 10 Bar zwar bekommt, der zweite wird aber wahrscheinlich nur mit 9,9 versorgt werden. Es geht ein bisschen was weg vom Druck. Und der dritte, vielleicht nur mit 9,8. Für den Prozess selber ist das erstmal nicht ausschlaggebend, aber für die Entwässerung sehr wohl. Es ist so, dass hier natürlich vorne diese Ableiter am Ende oder dieser Wärmetauscher 10 Bar Druckkondensat rausgibt, während hier das Kondensat nur 9,9 Bar hat und hier 9,8, sprich das Kondensat von hier und ganz besonders von hier, können überhaupt gar nicht vorbei an dem ersten Wärmetauscher. Das ist einfach nur dann möglich, wenn sich hier eine Kondensat Vorlage bildet, die ebenfalls über die Wassersäule noch Druck ausübt. Wir haben hier gesprochen von 9,9 Bar, uns fehlen also 0,1 Bar. Wir müssen also dieses 0,1 Bar irgendwie erzeugen und das machen wir mit 1 Meter Wassersäule. 1 Meter Wassersäule sind 0,1 Sprich das ganze Kondensat wird sich hier erstmal so lange zurückstauen, bis 1 Meter erreicht ist und dann wird es erst ausgeschleust. Und hier haben wir noch größeres Problem, weil hier sind es 2 Meter. Hier muss erst 2 Meter Wassersäule erzeugt werden, bevor ich genügend Druck habe, damit das Ganze weg kann. Und das sind natürlich am Ende Probleme, die passieren können, weil dieser Wärmeübertragung jetzt natürlich mit Kondensat geflutet ist und überhaupt gar nicht die Prozesstemperatur erreicht, die ich haben muss. Also eher schlecht. So ist besser. Wir haben also nicht nur für Gestras, sondern eben auch für die Prozesse dieser Welt, dass man also für jeden Wärmeübertragungsprozess auch den entsprechenden Kondensatableiter hat, der seiner einzigen und alleinigen Aufgabe nachgehen kann. Dadurch hat man eine schöne harmonisierte Druckabgrenzung. Das ist so eine Sache, die die Kondensatableiter auch für uns machen. Die trennen Drucksysteme voneinander. Während ich den höheren Druck hier vor dem Ableiter habe in den Wärmeübertrager, habe ich hier den niedrigeren Druck in der Kondensatleitung und dieses Druckgefälle wird eben über die Kondensatableiter realisiert und so wird wirklich jedes einzelne Druckgefälle in Abhängigkeit von der Last über einen Ableiter realisiert. So ist also gut. Nun kann es sein, dass natürlich eine ganze Menge Kondensat kommt, gerade am Anfang, wenn ich das Ganze in Betrieb nehme und dann hole ich mir einfach noch einen Ableiter dazu, praktisch als Behilfsableiter und setze ihn einfach hier mit in die Kondensatleitung rein. Ja, stellt sich die Frage, ist das eine gute Idee, ist das keine gute Idee? Das ist keine gute Idee. Das wäre natürlich ein schöner vierter extra Ableiter für uns, aber es ist einfach technisch nicht die richtige Lösung, denn hinter jedem Kondensatableiter entsteht der Entspannungsdampf und dieser Entspannungsdampf ist Sattdampf und die Aufgabe vom Kondensatableiter ist es doch, diesen Dampf zurückzuhalten und nur Kondensat rauszulassen. Und dieses Entspannungsdampf hat aber ein sehr, sehr großes Volumen, sprich hier in der Rohrleitung ist eine ganze Menge Dampf unterwegs und nur ein bisschen Kondensat und das sorgt dafür, dass diese Ableiter eben sehr, sehr viel dicht halten wird. Hier staut sich sozusagen der Dampf und am Ende baue ich mir hier dann einen Gegendruck auf für diese Kondensatableiter. Irgendwann stimmt also der Differenzdruck für die einzelnen Ableiter nicht mehr und dann säuft mir hier jeder einzelne Wärmeübertrager ab. Also solche redundanten, direkt nacheinander geschalteten Ableiter sind wirklich der Tod für jeden Wärmeübertragungsprozess. Das darf auf keinen Fall passieren. Also wenn man eine lastabhängige Entwässerung machen möchte, dann auf eine parallele Art und Weise und nicht so in Serie. Hier haben wir also die Möglichkeit, eine Anfahrmenge von Kondensat, die eben am Anfang deutlich höher sein kann, als dann später, wenn alles vernünftig aufgewärmt ist, über eine parallele Entwässerung zu realisieren. Das heißt, wenn diese Ableiter vielleicht mit der Menge am Anfang nicht klarkommt, dann kommt der zweite zum Tragen. Wenn der noch Probleme hat, als mit der Menge klar zu kommen, gibt es noch den dritten und dann, wenn diese Kondensatmenge rapide nach unten geht, weil der Prozess nur noch auf einem gleichbleibenden niedrigen Niveau gefahren wird, dann wird nur noch der untere Ableiter hier arbeiten und die beiden sind sozusagen wieder in Wartestellung und dann haben wir hier eine saubere, lastabhängige Entwässerung realisiert. Wieder mit schmutziger Installation. Der Schmutz geht hier nach unten weg, kann hier aufkonzentriert werden und die Ableiter arbeiten wieder schön im Bypass. So ähnlich ist es dann bei der Dampfleitungsentwässerung. Da gibt es eben auch viele typische Fehler. Der einfachste Weg wird natürlich am häufigsten gewählt und das ist einfach hier ein kleines T-Stück ransetzen oder hier einfach eine kleine Entwässerungsstelle vorsehen. Und das ist natürlich der einfache Weg. Hier unten geht dann das Kondensat hin, aber eben nicht nur das, sondern eben auch der Schmutz. Und hier muss der Ableiter sich jetzt um alles Mögliche kümmern, was da zu ihm kommt. Und das werde ich auch los, indem ich eine, wie wir es hier so schön genannt haben, eine zweckmäßige Anordnung durchführen. Das heißt, hier gibt es einen schönen Sammelstutzen, der auch eine entsprechende Nennweite hat, damit auch jede Kondensatmenge, die ankommt, auch wirklich erwischt wird und nicht die Hälfte, wie hier links, einfach dran vorbeiströmt an der Entwässerungsstelle, sondern dass es eben vernünftig durchgeführt wird. Hier ist dann eben der Schmutzsammelraum realisiert, während der Ableiter hier schön im Bypass sitzt. So reinige ich eben den Prozess und so habe ich immer einen sauber arbeitenden Kondensatableiter. Ja, das ist wieder ein Beispiel aus der Praxis. Also hier sehen wir so einen richtig schönen Rohrbogen und kurz davor, da war man an sich clever, hat man versucht, nochmal die Kondensatanteile rauszuholen, damit der Rohrbogen nicht belastet wird. Aber das ist das Beispiel mit den Sammelstutzen gerade eben, dass man eben einen Ort hat, wo sich genügend Kondensat dann aus der Rohrleitung rausbewegen lässt, indem die Nennweite eben groß genug gewählt ist. Und hier ist es natürlich viel zu klein, das heißt, die große Menge vom Kondensat wird daran vorbeiströmen. Also hier unter der Isolierung ist mindestens eine Nennweite 80, wenn nicht sogar eine Hunderter. Das kann man schon alleine hier an der Nennweite oder an der Größe der Isolierung sehen. Und da kann jetzt der Ableiter hier ein Bimetall-Ableiter an sich seiner Arbeit nachgehen. Was empfehlenswert ist, ist natürlich schmutzige Installationen, gerade bei Bimetall-Ableitern, aber eben auch, dass genügend Platz da ist, hin zur Entwässerungsstelle. Ein Bimetall-Ableiter ist eine thermisch arbeitende Ableiter, die stauen also immer eine gewisse Kondensatmenge an, schleusen das dann wieder aus und stauen wieder was an. Und da brauche ich natürlich auch diesen Stauraum, den muss ich zur Verfügung stellen. Und hier, wenn ich das mir angucke, muss ich sagen, ist er schon knapp. Es mag noch funktionieren, aber das ist schon knapp gewählt von der Strecke hier. Der Bimetall-Ableiter ist eher so die Rohrbrücken-Variante der Entwässerung, wo ich also genügend Platz habe. Ja, das ist der einfache Weg zur schmutzigen Installation. Hier hat der Ableiter mit allem zu kämpfen, was man da so reinschmeißt in die Anlage. Hier ist es so, dass der Ableiter im Bypass arbeitet. Es ist aber zwar besser gelöst, aber nicht unbedingt optimal, weil hier führe ich die Leitungen wieder zusammen und wenn ich jetzt also hier den Ableiter austausche und hier diese Hauptleitung in Betrieb nehme, dann ist es so, dass ich mir diesen ganzen Schmutz natürlich wieder in den Prozess oder einlade, in den Prozess zu bleiben und das wird natürlich dann im Kondensatbehälter sich aufkonzentrieren, da vielleicht für Ärger sorgen. Wer weiß, wo es am Ende für Ärger sorgt. Und hier haben wir jetzt die optimale Lösung, wo dann der Schmutz wirklich separat einfach ausgelitert werden kann und nicht mehr Bestandteil des Prozesses ist und der Ableiter hier im Bypass in Ruhe seiner Arbeit nachgeht. Okay. Ja, das war eine ganze Menge Inhalt auf kurzem Raum. Ich hoffe, es ist ein bisschen was hängen geblieben. Falls noch Fragen aufkommen sollten, schreibt es gerne in den Chat. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Es geht um die Berechnung im Dampfsystem. Was ist die richtige Dampfmenge? Wie viel Kondensatmenge bekomme ich eigentlich aus meinem Prozess? Rohrleitungsdimensionierung? Also eine ganze Menge so kleine Mathe-Tricks, die uns weiterhelfen können, da schnell zu einer Lösung zu kommen. Ansonsten schönen Nachmittag euch und wir sehen uns. Ich gucke noch mal kurz in den Chat und unterbreche vorher die Aufzeichnung. Ich habe da nur reingestellt.